Hallöchen hoch! Let's play together, ähm, ähm, Sainsawars 4! Ich bin auf! Und ich war bei Thief! Ja, etwas falsch, etwas verpeilt, etwas in Action! Tja, das passiert, wenn man sich nur mal seine Fahrzeuge anguckt. Man ist halbtot. Und hat dieses dicke Ding da gepullt. Warum hast du eigentlich dieses dicke dicke gepullt? Warum? Weil ich einen Panzer hatte und ein bisschen rumgeballert hab und auf einmal kam das Viech an. Ich hab ihm bloß kein Panzer, ey, hier. Er baut nur Scheiße. Nein, jetzt hab ich absolut gar keine Lebens. Da hinten ist Leben. Leulich bin an ihm hochgelaufen. Ja, hab ich gesehen. Und er hat sich getroffen. Ich weiß. Was? Meins. Verreckt doch mal! Ich sehe auch gar nicht, wieviel Leben der noch hat. Naja, da weiß man ja auch nicht. Meins. Oh Gott. Doch. Eigentlich meins auch. Man, mit Pumpkan jetzt so höhere aus hier. Bissin Action muss hier rein. Man, ich schieße schon auf deinem Kopf jetzt. Fang endlich an, verrecke. Ja. Ja, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Warum verreckt das Viech nicht? Ja, das frag ich mich jetzt nämlich auch. Ne. Ich liess mit dem Pumpkan hier rauf. Kill each other! Ich kill dich du! Boah! Ne doppel! Naja, Schild weg und eingefroren. Aber der Regen wird schwächer. Vielleicht sagt das dir was aus. Ich glaube eher weniger. Wirklich! Mit Poweranzug greifen. Boah! Fick! Dich! Wo ist der Wichser? Da oben. Ja, ist der denn ja. Achso. Geht doch! Und rein da! Lol, wie fliege ich denn da rein? Ich wollte auch mal. Kannst den nächsten haben. Ich wollte den, aber... Hast du noch nicht gesagt! Du kriegst gar nichts mehr. Sammle jetzt die Datendinger für mich. Höhö. Ja, mach doch! Ich hänge gerade auf dem Dach fest. Ver... ...dient! Mann, dein Kopf hat nix. Hell yes! Oh, scheiße! Wird angefahren. Ah, komm mal hier! Ey, das ist der Dings! Das ist der Schnatz! Was? Ja, weil ich Bekanntheit hab. Ich mach hier gerade die Dings. Ich helf dir! Na, jetzt kommt er auch... Na, jetzt kommt er auch... Wo ist er hin? Scheiße! Scheiße! Noch so einer! Toll! Wo lockst du eigentlich diese Scheißfiecher alle her? Keine Ahnung. Aber der hat dieses Mal Leben. Ja, der ist wirklich lieben. Das ist gut zu wissen. Ja, hau mal die Tankstelle ohne Luft. Ja, dachte ich wär auch so. Mann! Voll daneben! Mann, jetzt komm halt her, du... Einmal, Uschi. Wer ist denn hier noch unterwegs? Polizei? Ja. Das ist mein Schild. Der Typ hat Bullen gekillt. Halt's Maul! Freeze! Nice. Oh lol! Aua, hat er mir weggehauen. Ein Leben hat mich verfolgt. Das wollte nicht von dir aufgenommen werden. Toll. Alter, was ist denn los, Mann? Verrack! Ey, der hält jetzt so viel aus, ne? Hardcore. Aber er kann nichts. Ich hab gleich keine Mundi mehr, Mann, mit dem Stammgewehr. Ich hab noch Mundi. Ne, der Stammgewehr hat aber nur noch sieben Schuss. Schnapp die Tiger! Ne, ist noch nicht. Hast ihn gleich. Mach es! Ja, hopp. So, und jetzt muss ich machen... Und zwar... Und... Voll die Kruppschmerzen! Ja, und vor allem, der zuckt so nach außen. Iiiiih! Kommt so ein eckliches Taivers Ding raus! Hä? Das hab ich gehört! Das solltest du auch hören! Wuuuuh! Loll! Da war die Polizei! Njom! Hier, wo gehst du einen goldenen Schnatz? Auf den hab ich's auch grad abgesehen. Bom! Ach, hast ihn schon! Jupp. Na super. Gut, dann schauen wir doch mal eben, was es noch so gibt dann auf Trägen. Und zwar... Spiel mit Kräften. Ja, Spiel mit Kräften, das klingt doch toll. Wobei, ne. Das ist mit Kinsey auf dem Schiff treffen. Das ist mit Keys auf dem Schiff treffen. Machen wir das! Dafür müssen wir nicht auf dem Schiff gehen, können wir auf dem Schiff alles auf einmal abgeben. Ja. Das war wunderschön! Hat dieser Mann wirklich gedacht, dass wir nur einen gewissen Schiff in der Maschine vertrauen würden? Na, wenn er mir helfen kann, dann wäre es wert, oder? Besonders... Ich habe mehr Ausdauer. Cool! Ich sterbe, du sterbe, wir alle sterben. Any combination that involves death at all, really? Any combination that involves death at all, really? Oh, jetzt spring ich endlich da... LOL! Was war das? Ich bin da auf dich gesprungen! Danke! Ich wollte eigentlich nur das Ding, äh, dieses Teil auch sammeln, was da war, ne. Und hab voll dicht getroffen. Hier ist ein Spalt. Cool! Ein Spalte! Oh! Das ist cool! Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie sie das gelöst haben. Ach verdammt! Oh, Leute! Das war richtig, Jonathan! Also wir springen jetzt hier so rum. Darfst du auch auf den Dingern rumspringen oder bringt das gar nichts? Doch bringt aber auch irgendwie. NEIN! Haha ich bin runtergefallen. ZIP! Hi! Bam! Falltreffer! Das fand ich immer jetzt hier. Oh ich bin Gold kriegen wir hin! Yes! Hallo und tschüss! Was? My access code is 1331. Use it when you find me a suitable form. Man die hätten das ja 1337 nennen sollen. Ja wir sind's gut! Wir sind die Besten! BING! Level hoch! Ja und dann warten wir ein bisschen! Spalt können wir machen! Machen wir da so BAM! Bei mir bist du irre weit weg alter! Was ist das? Ach jetzt bist du da neben mir! Alter wir haben voll den weiten Weg! Wirklich? Hi! Wie weit denn? Hm ich schätze noch 2000 Fuß. Was ist das? Indeed I do! Ich hol mein Auto! Telefon! Fahrzeuglieferung! Mein Phoenix! Hätt lieber ein Flugzeug! Hätt lieber ein Flugzeug! Ich hab meinen Phoenix geholt! Der hat mich akkuratet! Ich hack eben noch ein Remjobs! Hopp! Remjobs! Ba ding! Schafft ihre Arbeitsplätze! Ha! Du bist schon unterwegs dein Haus! Juhu! Und ich hab noch! Ein Laden gehackt! Kai! Wer ist Kai? Kai! Achso! Japanisch! Und so! Ja und so! Damn motherfucker! 900 Meter nach! Wuuu! Oh keine Ausdauer mehr! Cool wir können auch Donkey Kong spielen! Und einfach rumspringen! Cool! Auf das Gebäude springe ich jetzt bestimmt nicht rauf! Lass mal kurz im Laden! Ja mach mal! Hack mal kurz! Ich hab 300 Meter vor mir! Oh yeah! Ich hab 300 Meter vor mir! Okay das kann nicht haarig werden! Und! Ich hab das noch! Und dann jetzt! Ben da! Oh es geht auch! Pling! Geschafft! Tja dann machen wir das mal fix diese Aufgabe hier! Wie ich auch sagen! Bin gegen den Sack gesprungen und dann genau darauf! Auch das Questing! War voll gut! Ging voll schnell! In order to use this element you will need to manually alter your power! Yes! I have created this tutorial message to explain how to do so! Oh great! That's handy! Kräfte wechseln cool! Feuer! Feuer! Now use your fire blast on those people! It will ignite anyone in the blast radius! So much for challenge! Oh shit! Oh hell! Yeah! Don't worry! Everyone loses to me! Das ist mein Geschmack! Alles wegbrennen! Oder was sagst du dazu? More element types exist in this simulation for various powers. If you are able to find or create the code that is. Hey! Thanks for the help! It is not hell! Only repairing my debt! Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised! Nicht schlecht! Neue Fähigkeit! Das Blase Element Feuer! Bist noch da? Klar bin ich noch da! Aus der Luft war richtig geil, ne? Mhm! Ja, und das hätten wir auch geschafft hier! Really locker floggig! War sowas von locker floggig! War sowas von locker floggig! Alter! Ja! Was hast du denn? So geht das! Auto weg! Jetzt mal im Ernst, wo ist das hin? Kaputt! Burn! Tja! 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 Allerdings haben wir die Zeit voll! Ah! Ich brenne auch! Scheiße! Ja! Das ist Pech für dich! Äh! Ich würd sagen wir gehen mal aufs Schiff und geben die zwei anderen Quests ab! Mhm! Und dann... Tja! Tun wir das aber in der nächsten Folge! Heu! Bis dahin! Tschü-hu! Tschü-lü!